Nicht als Feminist, selbstverständlich. Natürlich. Gerade du als Vorzeigefeminist, Bunny. Oh, Jaden, jetzt ist es aber echt gut. Ganz ehrlich. Junge, was hast du da für Fantasien? Ist ja eklig. Junge, chill mal. Ich glaube... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, Rabauts. Ich hab's euch gesagt. Ich hab's euch gesagt. Rabauts. Da ist es. Ja. Perfekt. Ja, Rabauts. Krass. Sehr schön. Nach 381 Encountern. Hi, Buu. Sind wir jetzt plötzlich hier japanisch, Jerry, oder was? So, warte. Jetzt muss ich mal eben kurz mal was nachgucken. Ähm, genau. Gut. Ich hab auch schon einen Spitznamen für dieses Rabauts. Jetzt muss ich aber nochmal eben gucken, ob das Rabauts irgendwas kann, was mich vielleicht auf die Palme bringt. So, Rabauts. So, Rabauts. Rabauts. Was kannst du denn? Sechste Gen. Gesichte, holy, wer ist denn das? Tim, Tim Tom. I like trains. Tim Tom. Vielen Dank für dein Abo. Holy shit. Vielen, vielen Dank. Krass. So, okay. Das kann Gesicht im Mogle, Hieb, Rechte, Hand und Tackle. Okay. Kein Problem. Also absolut überhaupt kein Problem. So. Ich würde sagen, wir schicken jetzt mal Panda-Faust raus. Rabauts ist ja auch so ein richtiger Macho. Auf jeden Fall. So. Ich werde jetzt aber erstmal Kampfdruckschlag. Dann Beutel. Bälle. Und ich schmeiß einfach, weil der Ball irgendwie zu Rabauts passt, ein Flottball. Ach, komm schon. Rabauts, please. Please. Da haben ja schon das neue Team gemacht. Nein, Dragonite. Noch nicht. Noch nicht. Ach, komm schon. Mogle, Hieb. Jetzt komm, bleib in den Ball drin. Bleib in den Ball drin. Der letzte Flottball. Einmal. Einmal. Zweimal. Dreimal. Ja. Perfekt. Rabauts. Und ich habe auch schon einen Spitznamen. Und ich habe auch schon einen Spitznamen für dieses wunderschöne Rabauts. Und ich nenne dieses Rabauts. Wo habe ich denn? DS-Stift da. Weil mich das Rabauts an so einen typischen Australier erinnert. So vom Tint her. Ich nenne es einfach mal Ethan. Ich habe auch nebenbei mal gerade eben so nach australischen Spitznamen gesucht. Oder so nach australischen Namen. Wir machen mal kurz ein bisschen Back-to-Back. Komm. Kriegen wir jetzt noch einen Shiny? Nein. Okay. Hätte ja sein können. So, Ethan. Das Rabauts. So, ihr könnt mir ja mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr denn meint. Was es für ein Wesen hat. Los, beurteile das Potenzial von Ethan. Hm, weit über dem Durchschnitt. Sanft und kühn. Sanft, kühn. Netz, Verteidigung, Angriff und Spezialverteidigung. Ähm, mäßig, kühn, mutig, frech, hart, ernst. Hastig. So, was wir jetzt aber erstmal machen, ist... Mit dem Rabauts. Und mit dem Rizuros, genau. Das Rizuros muss ich auch nochmal... Warte, nee, Rizuros habe ich dabei. Habe ich Rizuros dabei? Ich meine schon. Ja, Rizuros habe ich dabei. Wir müssen erstmal mit dem Rizuros mal kurz spielen. Das habe ich nämlich beim letzten Mal überhaupt nicht gemacht. Das müssen wir jetzt mal ganz schnell ändern. Das kann er nicht angehen. Wie ein Elektrogerät, wo die Steckdose fehlt. Hi, Rizuros. Was geht ab? Äh, Hilfe. Ich muss... Äh, verdammt. So. Ich glaube, ich muss das ein bisschen größer machen. Ew. Nein. Jetzt mache ich alles kaputt. Genau. So. Und... zentrieren, bitte. So. Hallo, Rizuros. Bitte nimm dieses Pufflé. Holy shit, du hast aber Hunger. Ah. Süß. Okay, jetzt ist das Rabauts dann. Wir haben jetzt genug gespielt. Kannst du mal ein bisschen nicer da draußen sein? Dankeschön. Ja. Dankeschön. Wird es auch Rabauts One Punch Man nennen können. Hätte ich, habe ich aber nicht. Äh, will ich auch jetzt nicht. So, Ethan. Dann... lasst mich mal sehen. at you. Wow, wow, wow. Seit wann rauf hat Rabauts so komische Arme? Ja. Oh yeah! Haha, cool. Ich mag Rabauts. Rabauts ist ein cooles Pokémon. Cool. Freut mich auf jeden Fall, dass wir jetzt Rabauts unser eigen nennen können und würde jetzt auch dementsprechend noch ein letztes Mal in eine Kontakt-Safari gehen, bevor wir dann jetzt was anderes machen. Aber erstmal, wie gesagt, nochmal Kontakt-Safari.